Jo Freunde und das Läufer's Kick Game mit Joe ist zurück eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Five Gringos Casino. Heute geht es in eine Runde Legacy of Dead. Scheinbar hat er schon Bock zu starten auf 50 Euro. Ja, passt in meinem Fall, aber ich sage mal so, für andere Leute wäre es ein bisschen öde gewesen. Wir gehen rein, 50 Euro fach Legacy of Dead. Schön, dass ihr dabei seid und euch den Spaß mit mir reinziehen wollt. Ich gucke mal, ob wir heute was hinkriegen. Über 26.000 Euro. Die Balance ist schon stattlich und ordentlich hier im Five Gringos. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Bin gespannt, was abgeht. Ob wir mal reinkommen. Muss ein bisschen die Balance im Blick behalten. Letztes Mal ist es ja gut ausgeartet. Aber ey, ich bin trotzdem an einem höheren Punkt als vorher, zum Glück. Aber war sehr, sehr knapp, sage ich mal so. War sehr, sehr knapp. Wir sind heute ein bisschen chilliger unterwegs. Beziehungsweise, was heißt chillig? Ich spiele trotzdem auf dem Fuffi, aber ich probiere ein bisschen ruhiger zu machen. Schauen wir mal, wie das so sich entwickelt hier wieder und ob was kommt. Ich hoffe hier im Klassiker mal wieder auf Freispiele, auf dem Fuffi. Ja, habe ich auch, glaube ich, länger nicht gezockt, Freunde. Weiß ich gar nicht. Aber ey, der kann ja mal wieder reingehen. Ich hoffe, euch geht es gut. Uns passt alles bei euch. Alle gesund und alle munter. Schauen wir mal, was das hier für eine Folge wird. Am besten eine Drei-Skatter-Folge und Freispiele. Das wäre ja ganz nett. Oder noch ein bisschen die Balance nach oben pushen und dann kann man ja schon wieder überlegen, was man macht, ne? Mit so einem Brett. Ich habe auch sehr viel Verschleiß in letzter Zeit gehabt, hattet ihr ja mitbekommen. Vor dem Pfeif Gringos. Ja, hier haben wir uns jetzt ganz gut zurechtgelegt. Mal gucken. Ja, das ist immer schön, ey. Ah, davon mal 5, Alter. Und auf 50 Euro will ich natürlich knallen. Auf 50 hatte ich die noch nie. Aber ey, irgendwann ist immer das erste Mal. Ich sag's euch. Und dann knallt's richtig. So, ein bisschen zurücklehnen, chillen. Die Sache hier angucken. Und hoffen, dass er reingeht. Come on. Tres que la. Ich habe wieder Geduld wie sonst was. Wie gar nichts. Nein, schnell will ich nicht, wisst ihr. Mach ich nicht. Aber ich drück mal ein paar Mal selber. Ach nee, technische Difficulties hier schon wieder. Nee, nee, nee. Was hat denn der jetzt hier gemacht? So, da sind wir zurück. Und gehen ganz entspannt weiter auf den Fuffi rein. Oh, ein bisschen was hat er schon geschluckt, ne? Das geht auch sehr fix auf 50 Euro. In beide Richtungen. Muss halt nur einmal rein. Und... Schade. Ja, da hörst du ja schon die Sounds hier beim ganzen Gedaddel. Ja komm, wir spielen bis 23.000, der bietet hier nämlich echt wenig an und sonst überlege ich mir was anderes. Haben wir ja schon 3.000 verklockt, falls hier nichts kommt. Aber, keine Ahnung, ich finde da kann man geileres machen, als das hier zu spielen auf dem Fuffi, wenn da so gar nichts kommt. Ich finde manchmal merkt man das auch, ob der irgendwie was macht oder nicht. Vom Gefühl einfach, also ich denke es auf jeden Fall, sagen wir mal so. Und hier weiß ich jetzt gerade nicht so ganz. Bei meinem lieben Plain Go Legacy of Dead Spiel im Five Kringos. Ob der hier was macht. Aber gut, der kann auch ganz überraschend mal eine Full Line ziehen und dann knallt es ja schon. Ja jetzt hier unten rein, hier unten rein. Boah, mach einfach, mach einfach, Scatter, 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 Scatter. 150 Euro, 300 Euro, 600 Euro. Ja, kassieren. Ja, das war schon wieder ordentlich. Sind zwar nicht zurück, da wo wir waren, aber trotzdem sehr gut. Kurz. Und rein, und rein, und rein, und rein. Oh, das wäre so nice, eben kurz 1-2 Karte gedrückt und dann direkt in die Freispiele. Gönn doch mal. Na ja, wenn er selber keine Bilder machen will, muss man die halt hochdrücken. Kommt rein, da. Kommt rein, da. Einmal auf den Fuffi rein, für die Community. Legacy of Dead auf den Max-Einsatz. Kommt schon. Gut, dass es bei 600 Euro gar nicht passiert ist. Ist auch so schwierig reinzukriegen, gerade auf solchen Einsätzen, ey. Kommt. 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 Oh, Fuffi, erst ein Bein, Junge. Ist dein Ernst, geh rein! War so klar, ne? Ich hab's irgendwie schon gedacht. Ich glaub irgendwie jetzt doch wieder an den. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen? Das ist hier die Frage. Wahrscheinlich nicht auf Fuffi zocken, ne? Da fängt's schon an. Ja, hm, 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 hm. Komm einmal rein. Hier ein Vogel, wär auch nice gewesen. Okay, ich lasse einen mit den Karten. Gut, so gesehen, wenn er reingeht, 5000 Euro kann er ja easy knallen eigentlich. Könntet. Okay. Nice. 1.000er gemacht. Noch einmal vielleicht. Aber ne, 1.000er ist schon viel. Guck mal, dann kommt schon 2 und 4. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering dann irgendwann. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Jaaa, Alter! Oh, 4 Scatter sogar. Und volle Reihe. Was macht das? 1,4? Sind das 1,4? Ja, ne? Schmeckt! Und wir gehen rein mit Q. Sauber! Ja, 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 ja! Und Verlänger, komm! Jetzt, jetzt! Verlängerung rein! Sonst hast du nur 8 Spins. Verlänger, komm! Jaaa, nein. Hm, schade. Boah, der hier wäre krass gewesen. Der wäre jetzt ein paar Mal schon 4 Mal gewesen. Komm! Ja, 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 ja! Das ist schon wieder so bitter auf 50 Euro-fach. 2.100, ne? Ja. Ja, ist jetzt nicht schlecht, ne? Aber wir sind halt mit 26 geschartet. Sind jetzt wieder auf 24.600. Der müsste halt jetzt direkt wieder rein gehen. Oder, keine Ahnung, mal ein 4er, 5er Kuh zahlen. 5er wäre halt brutal gewesen. Mit 5.000 Euro. Aber ey! Wir beschweren uns nicht. Zum Glück sind wir da mit 1,4 reingegangen. Hatten wir schon mal ein bisschen was. Im Petto. Und ich sage ja immer, wer einmal geht, der geht auch ein zweites Mal, oder? Waha! Quier Ur joyful, ne? Und du hab dir ja immer geschlossen eine große Musik. Kor 17,85 Euro. Wie ist das spannend hier, ey. Freunde, jetzt nochmal rein, komm. Frisst halt auch wieder so viel immer. Nice, 600 Euro, gut. Gerne, direkt nochmal. Schade, ein Kopf vorne, ein 4er Kopf gewesen. Die schmecken auch, sind auch 5 Mille. Das hätte am meisten geschmeckt. Ach, dieses Game, ja, man, nur alle Kids. Das ist noch richtig Spielchen mit mir, man. Dann, dann, dann. Hm. 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 Hm, 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 hm. Geht der noch mal rein, das ist hier die gute Frage. Ich glaube ja eigentlich ja jetzt mittlerweile. Okay, 500 Euro, nice. Mann, jetzt habe ich wieder viele kaputt gezogen, ne? Oh nice, 600 Euro, gut. Wir brauchen die Free Games. Wir sind ja auch schon mit einem ordentlichen Batzen gestartet, gut, wir halten uns schon auf 50 Euro schon sehr gut eigentlich. Ist das geil? Ja, geil, Alter, 50 Eurofach, zweimal Freispiele heute, komm. Okay, spannend, ein Vogel, komm. Ne, jetzt mal ein Vierer, komm. Erstmal Verlängerung wäre auch geil, das wäre so krass. Mann, du brauchst halt diese Verlängerung. Es ist schwierig, dass er in acht Spins mit Vogel, komm. Mach doch wenigstens ein Dreier, ey. Ne, ich will einen Vierer, einen Vierer will ich, komm. Komm. Bringt gar nichts, ich meine 1000er. Das sind die Einsätze auch, ey. Wer weiß, da müsste der richtig zahlen. Schade. Da ein, zwei Verlängerungen rein. Auch ein Fuffi, ey. Boah. Wird das schmecken. Boah, ich weiß es auch nicht, Freunde, ob der jetzt hier nochmal reingeht. Der hat ja nichts gezahlt. Ah, ja. Aber irgendwie kriegt der mich hier trotzdem, ne. Weil er immer so antäuscht. Das macht der schon gut. Legacy. Nochmal rein, 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 rein. Und nein. Dann mal mit einer schönen Fuhlreihe rein. Das ist das geilste Gefühl. So eine richtig dicke Auszahlung schon in der, vor den Freispielen. Und dann noch Freispiele. Find ich immer, das ist so Bombe. Das ist so gut. Ah, jetzt macht er ja gar nichts mehr. Mein Lieber. Komm, noch einmal rein. Noch einmal. Da zeigt mir mal, ob der Frosch die Locken hat. Komm, noch einmal rein. Komm, noch einmal rein. Komm, noch einmal rein. Komm, noch einmal rein. Jawoll, Alter, endlich. Jawollek. We are drin. Kopf. BAM. Und jetzt ist der Moment, Alter. Verlängerung. Ohohohohohohohohohohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ach du Heiliger, 50 Euro Max-Einsatz Kopf in Legacy of Death. Das kann jetzt alles verändern. und 10 ok 16 spins kommen ist dreierkopf schon 5000 euro ich weiß es nicht genau und 450 wahrscheinlich fünf dann ja alles aus ach du heiliger jetzt zahlt er was 2000 haben wir zusammen der kann jetzt richtig was zahlen das ist eigentlich genau perfekt du hast einfach den kopf jetzt 16 spins alter let's go kommen kommen aber wenn er nie erscheint ja egal wir haben noch ein paar spins komm schon weiter kommen knall den rhein knall den rhein macht es unmöglich unmöglich mach es erster kopf ja fuck alter ersten beiden da kriegst du schon zitringen das ist doch fuffi mach doch wenigstens drei ja ja nein komm alter mach einmal drei wenigstens einmal vier wenn das wärs auch 4000 euro bisher komm 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 erkennung kopf 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 esstoffS cancel jetzt kommen und dann macht der 4.425 ja ist ja okay aber ja keine Ahnung Freunde hätte halt komplett jetzt eskalieren können hätte uns komplett in den Himmel schießen können das Ding na gut 4.000 Euro reingeholt wieder zum Glück immerhin ist ja auch was äh äh auch keine fünf linien 25 euro egal ich hoffe heute hat mega bock gemacht ich habe wenigstens 26.000 wieder drauf und ja es war knapp aber es sollte nicht so sein das ist scheinbar zu krass wegen gewesen jetzt aber vielleicht beim nächsten mal wer weiß hat mega bock gemacht trotzdem ich hoffe ich auch falls ihr doch mal zocken wollt checkt die links in der video beschreibung vergesst nicht glücksspiel kann sich die man spielt bitte nur mit dem geld was über man hat definitiv nicht immer so viel glück macht euch das bewusst haust rein macht's gut bis morgen euer game